Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mask. Ja, ich wünsche euch einen schönen, was habe ich gesagt, Sonntag. Dazu müssen wir die Ideen schon gucken. Ja, auf der Jagd! Immer noch nach Laptops, Tablets, wie man auch es nennen möchte. Sprich, auf der Jagd nach dem Hangar. So, nächste Station. Die da hinten haben wir ja schon gelootet. Ich hoffe, ich habe die hier noch nicht gelootet. Oder ich habe sie gelootet und habe sie dann versehentlich nicht markiert. Wie spät haben wir das denn? Schon 18.04 Uhr. In-game. Okay. Strom ist okay, Sauerstoff wissen wir ja. Ach, das ist schon wieder eine schrottige Höhle, aber es ist gut. Gehen wir rein, gehen wir rein. Wir schauen es uns an. Strom. Ist gut. Wasser. Ja, geht noch. So, aber mach mal Licht. Licht. Okay, dann macht es uns nur einmal kurz. Schierung wegmachen. Also so auf den ersten Blick sehe ich hier schon mal nichts. Ohne Pro, dass wir das schon haben, weil das alle schon so dicht anhanden. Guck mal. Hier scheint auch nichts zu sein. Ne, da ist doch, da ist, da ist Nahrung. Da ist mein Tracker. Hier ist noch Nahrung. Ich hätte ja schon mal Bock, hier wieder ein Tablet zu finden, ne? Was haben wir hier? Kommt, da ist doch bestimmt irgendwas drin, ne, oder? Jetzt komm ich da nicht ran, oder was? Ich will nur aufmachen, aber ich weiß, dass ich schon hier war. Okay, passt auf. Schrott wieder wegmachen. Nützt ja nix, Leute. Nützt ja nix. Weg den Schrott. Schau noch. So. Weil das schrottige Dings hier, das muss weg. Gut. Dann schau noch mal. Da ist es nicht so ergiebig hier. Ich war ein Tablet gefunden. Das ist wahrscheinlich weich schon hier. So. Es ist natürlich auch dunkel. Lass uns mal einmal das Nachtsichtgerät anmachen. Aber. Ne. Das ist nicht wirklich. Ich glaube, hier sind wir rein, ne? Oder? Das ist noch ein anderer Weg. Ne. Das war das Falsche. Da ist unser Auto. Da hinten sind noch Kisten. Ah ja, da, da, da ist noch was dran, aber das ist, da ist ein Stein. Hier ist noch Nahrung, würde ich sagen. Ah, okay. Nahrung ist nicht das Schlechteste. Machen wir das aus, damit wir besser sehen können. Okay, das da ist ein kleiner Stein, den nehmen wir gerne noch mal mit. Noch mal an. Ich meine, nachts ist natürlich cool. Ja. 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 Das war, ups. Ey. Aber das war's denn hier, würde ich sagen. Da ist nichts weiter drin. Das ist unser Fahrzeug. Wir gucken jetzt raus noch einmal kurz. Noch einmal kurz schnell. Dann nehmen wir uns die nächste Station vor. Weil, wie gesagt, ich hab ein bisschen das Gefühl, dass... Okay, gut, dann gehen wir schlafen. Äh, oh, oh. Eieieiei. Einmal markieren. Und dann gehen wir schlafen. Zack. Ich drück immer diesen Tracker. Jetzt, wo er wieder funktioniert. So. Äh, dann lasst uns gleich mal die nächste Geschichte markieren. Ich würd sagen, hier oben, ne? Äh, mach das aber mal aus, ruhig noch mal. Das ist immer blöd, wenn ich das ins Gebäude mach. So. Okay, ähm. Ich seh nix. Dann ist aber auch dunkel. Ja, wir gehen ja rein. Wir gehen rein. Mach aus. Zack, zack. Okay, dann wechseln wir einmal die Flasche. Ich glaub, ich hab doch hier oben noch eine komplett volle, ne? Oh, die ist auch leer. Uh. Oh, oh, oh. Verdammt, ich hab vergessen die Flasche. Warte mal, das müssen wir dann mal gleich ändern. Ei. Dann müssen wir ja gleich mal Dinge tun. Wie geht? Dann müssen wir tatsächlich gleich nochmal zurückfahren zu unserem... Sollte ja nicht ganz so weit weg sein, ne? Shit. Hab ich vergessen aufzufüllen. Gut. Kriegen wir hin. 6 Uhr 50 können wir nur... So. Hm. Ja, mir fehlen echt... Ich krieg auch kein Tablet, wo... Gibt's das überhaupt, dass ich eine Wasserflasche nachbauen kann? Ich auch, dass du da... Tablet... Naja, egal. Egal. Ja, mit dem Schlaf musst du jetzt auskommen. Nützt nix. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten. Äh, wo hab ich gesagt? Das war da vorne. Nehmen. Dann müssen wir echt gucken, dass wir... Ich... Weiß nicht, ob ich Bock hab, noch eine Station zu bauen. Gucken wir gleich mal, ob wir Wasser hier in der Gegend haben. Dann bauen wir noch eine. Meine Servicestation. Es würde mich echt nicht wundern, wenn ich hier schon war. Nur vergessen, die Dinger zu markieren, weil ich zu faul war. Das sieht mir aus wie Wasser. Lass uns mal gucken, sonst bauen wir hier einmal Wasser auf. Ähm. So, zack. Zack. Ne, 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 ne. Ich hab natürlich auch in meinem Hansgeirr da... Komm, dann lass uns das mal schnell machen. Weil ich glaube, ganz zurückfahren wollen wir ja nicht, ne? Zack. Dann mal markieren hier. Würde ich tatsächlich jetzt aber... Tatsächlich nur Wasser aufbauen. Luft geht ja immer noch. Äh, Ressourcen. Ressourcen. Einfach ganz stumpf ein, so ein Ding. Das braucht auch nicht viel. Gut, jetzt hab ich natürlich das ganze Material im Fahrzeug. Aber das ist nicht schlimm. Machen wir ganz stumpf. Ganz stumpf das Teil. So. Das sollte uns dann reichen. Ja, es war zu früh. Ich brauche ich. Dich brauche ich. Äh, äh, äh. So. Fertig. Gut. Danke. Ja, aber ich bin im Moment mehr auf Jagd jetzt aus. Und wir machen hier echt nur das Nötigste. Weil Sauerstoff sollte ich da noch eine volle Flasche haben. Noch eine auf Tasche. Das reicht nur. Wasser macht uns echt zu schaffen. Wasser macht uns echt zu schaffen. Dann muss ich gleich... Gehen wir erstmal hier rein. Wartet mal. Ich mach erstmal hier... Ist genug weg. Okay, dann schauern wir mal. Ich glaub, da hinten blinkt schon was auf. Das wär ja echt ärgerlich, wenn ich hier unsere Zeit verschwende. Weil ich nur wieder vergessen hab, was zu markieren. Hier geht's raus. Hier ist noch Nahrung. Nahrung ist schon mal gut. Das ist super. Da sind noch Kle... Ich glaube... Ich glaube nicht. Na, komm, komm, komm. Hallo? Ah. Wo waren da noch Schränke gerade? Nee. Waren da nicht. So, jetzt kommen wir noch in eine kleine Werkstatt. Da ist noch ein kleiner Motor drin. Leute, wir hätten gerne ein Tablet. Mit einem Hangar. Was liegt da liegt? Nahrung. Okay. Weiter. Das war unser Herbie, ne? Okay. Gehen wir mal noch ein Stück. Ja, das war's hier schon, oder was? Habe ich das Gefühl, da waren wir auch schon. Kann man doch nicht sagen, dass es hier nur Fresschen gibt. Also, da würde ich sagen, ich habe das Fresschen, äh, damals, als wir das hier gelootet haben, übersehen. Ich finde das schon jetzt ein bisschen... Ah, nee, 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 nee. Das hätte ich definitiv nicht übersehen. Das hätte ich ja definitiv nicht übersehen. Futter, also, vielleicht sollte ich das jetzt einfach mal platt machen. So, also, Lebensmittel ist jetzt erst mal kein Problem für uns. Okay, was ist hier drinne? Stein, Sprengstoff und... Was zum... Was zum Heilen. Ich habe echt gedacht, ey, wir haben hier schon wieder... Und das eine schießt das andere nicht aus, ne? Das war immer so, wie ich Lust hatte. Ich glaube aber, hier waren wir jetzt, ne? Da haben wir aufgemacht, da geht's raus, hier geht's raus, okay? Gut, dann war es diese Station, sind wir mit der auch durch, mit Looten. Ah, wie gesagt, also, das ist schon so gern diesen Hangar, ne? Und, wie gesagt, auch dieses Treibau... So, schnell noch mal gucken. Hier noch irgendwas? Was es vergessen hat? Nö. Bestimmt haben wir noch was vergessen, aber... Gucken, gucken. Lauchina. Ja, bitte. Ja, danke. So, gut. Wo wir es vergessen. Einmal wieder markieren. Name. Und dann... Gucken wir auch gleich mal... nach... Wo müssen wir denn noch hin? Okay. Da hin. Super. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir die Wasserflaschen hier mal aufgefüllt kriegen. Ich hoffe, da ist jetzt schon genug drin. Ich hoffe, da ist jetzt schon genug drin. Da geht immer ein Liter rein, ne? Kann das sein? Darauf achten. Äh, 14... Ja, da ungefähr, ne? Mein ich. So, Wasser, Wasser, Wasser. Hat 2O gewechselt. Okay. Sauerstoff wechsle ich jetzt auch mal. Achso, du musst dann auch Sauerstoff nehmen. Gut. Einmal Material wieder zurück. Sprengstoff bleibt. Kalzium hauen wir hier mit rein. Eisen. Ja, also das nehme ich halt eigentlich nur mit, weil wenn es rumliegt, mir vor den Füßen, kann man es ja auch mitnehmen. Nicht, dass man nachher stolpert. Das wollen wir ja nicht. So, alles schön eingesortiert. Dann geht's mal weiter. Den lassen wir natürlich. Ja, das ist nicht schlimm. Äh, das geht rüber. Das ist die H2-Flasche. Äh, äh, kann man das da hinpacken und dann wechseln wir den so durch. Achso, das war ja unsere Satellitenkrams. Hätte ich fast gesagt, unsere... Lula! Okay, dann mal los. Nächsten. Ja, Mensch. Ist ja nicht so prickelnd. Ist ja nicht so prickelnd. Aber das macht uns nix. Du, 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 du. Sowas erinnert mich immer so ein bisschen an... Also, Livestream auf der Jagd nach den Roboter-Teilen. Nie gefunden. Ich glaube, den gäbe es nicht. Hat jemand mal rausgefunden, ob es diesen in der Beta gab, den Roboter? Oder ob... Irgendeiner hat es wirklich mal geschafft, den zusammenzubauen? Also, ich habe nie was drüber gefunden. Oder gelesen. Äh, nee. Ich mache das bloß immer weg, weil mich das irgendwie ein bisschen stört. So, Luft, Luft, Luft. Das passt alles. So, auf, hier geht's zum Nächsten. Ich finde es auch... Es ist auch sehr sauber hier, finde ich. Wir laufen erstmal außen rum. So, ich persönlich... Denke ja, hier waren wir auch schon. Okay, jetzt schauen wir mal rein. Hier gibt's einen Stein. Ich habe auch keine Ahnung, ob es... Es ist... Aha. Das habe ich auch noch nie gesehen. Fühlt's cool. Schön. Hat was. Ah, doch. Hier ist mal wieder... Meduzin. Was mir auch fällt, wir haben... Saatbehälter. Also ja, eigentlich ja... Äh, gar nix, ne? Leute, Saatbehälter. Ja, über... Oh doch, da draußen nicht... Da draußen nicht ne... Liegt was. Da draußen liegt was. Da liegt auch noch was. Bin ich denn eben langgelaufen? Das ist doch eben gerade gespawnt, oder? Äh, ich muss... Ich genau hingucken. Auto. Auto. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Mach aber hier mal auf, damit ich auch weiß, dass ich hier war. Den da hinten bitte auch. So, wo bin ich rein? Wir sind da rein, ne? Dann müsste ich ja hier weiter. Da geht's raus. Hier geht's nochmal weiter. Bohrmaschine, die wir nicht gebrauchen können. Naja, genau. Hier kommen jetzt ja die... Schrauben. Oh, ich weiß noch in der Beta, wie viel Saatgut wir da gefunden haben. Weil die eigentlich noch gar nichts so richtiges drinne hatten. Leute. Ein Tablet wäre super geil. Aber hier ist nix. Nee, das waren jetzt alle drei, ne? Wir waren noch hier draußen. Da sind wir doch schon einmal rumgelaufen. Ah, das kann sein, dass wir hier irgendwo dazwischendurch müssen. Flitze mal eben rum. Muss ich hier die Nacht abwarten, oder was? Wo hab ich das denn gesehen? Oh, pass mal auf. Da können wir mal eben rein. Da machen wir uns mal eben... Eben mal ein... Einwegfreude. Einwegfreude. Wir waren doch eben drinne? Da hab ich doch dann... doch Platine und all sowas gesehen. Oder bin ich jetzt total doof? Oder war das auf der... Wartet mal. Hier muss man mal gucken. Da war das. Vielleicht war das ja auch im anderen Gebäude und das hab ich schon weggemacht. Also, rausgenommen. Oh, gut. Nehmen wir mal so hin. Fahren zum nächsten, ne? Fahren wir zum nächsten. Das wird toll. Da haben wir so kleine Speed... Speed-Loot-Runde. In Anführungsstrichen. Speed-Loot-Runde. Loot. Nicht Loot. Loot, 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 loot. So, Wasser, Sauerstoff... Alles okay. Ach so. Wo wollen wir denn jetzt hin eigentlich? Da haben wir, da haben wir. Dann hier hin, ne? Nehmen wir weiter. Nehmen wir weiter. Nehmen wir weiter. Leute, ich mach mal vorsichtshalber ein Tracking-Ding. Da hinten müssen wir hin. Kann ich das schon sehen? Ja, kann ich. Hey, Jemini. Wir kommen, wir kommen. Wenn wir alle Stränge reißen, dann fahren wir... Mal gucken. Wir werden vielleicht doch schon mal nach Hause bauen. Schon mal die Dinger auf, die wir denn schon haben. Bei mir nach Hause, das sind ja schon zwei Kilometer. Der Gurke. Da kann er momentan dauern. Und die Zeit, die flitzt hier schon wieder. Die Folge ist auch schon fast rum. Ich denke, das wird da hinten jetzt unser Letzte. Ich würde sagen, ja, wir machen das so gerne, wie ich den Hangar gerne haben möchte. Aber wir machen jetzt das Teil da oben noch. Und dann hangeln wir uns von Station zu Station nach Hause, wenn da noch Stationen da sind. Wow. Und dann bauen wir unser Hauptquartier auf. Erforschen die Sachen, die wir gefunden haben. Bauen den zweiten Crusher auf. Bauen vielleicht schon mal ein Raketenabwehrsystem auf. Da hätte ich auch Bock. Obwohl da hinten öffnet sich auch schon wieder was, ne? Er und seine Pläne. Ja, wir schauen mal. Wir gucken mal. Ich würde schon gerne ein bisschen mehr an unserer Station rumschrauben wollen. Ich würde die gerne soweit fertig haben. Aber so viel schon angezeichnet. Wir müssen noch stromen. Wir brauchen noch viel mehr Strom. Okay, okay. So, dann... Stopp mal. Ja, es ist ja immer so. Erst sieht das so weit weg aus, jetzt sieht das schon wieder so dicht aus, ne? Ah, ja. Also, wie gesagt, finden wir den Hangar, sind wir hier weg. Sind wir hier weg? Äh, definitiv. Ansonsten... So, ich empfinde auch keine Tablets mehr. Das sieht aus wie Nahrung. Ja, wie gesagt, einige von euch haben schon 41 Tablets da rumliegen. Und ich... Na gut, ich bin aber auch nicht so extrem unterwegs gewesen, ne? Das ist halt diese Sucht so. So ein bisschen so dieses... Ah, Tablet finden, Tablet finden. Da könnte doch das Roboter-Teil drin sein. Also, jetzt noch nicht, das... Ah, kleiner Insider. Ähm, okay, mach mal Licht an, bitte. Okay, hier scheint nichts, nichts, nichts. Gucken, ob hier irgendwas auf den Tonnen liegt. Besser scheint bin ich an 50 Tablets schon vorbeigerannt. Wir gehen erstmal hier oben hoch. Mach mal bitte auf. Hier gibt's noch einen Stein, den nehmen wir gerne mal mit. Kann ja nicht schaden. Ah. Das ist wieder eine Stahlplatte. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Das Licht hier noch. Zement. Machen wir da einmal Licht aus, dass ich das besser sehe. Da ist noch ein Motor. Da hinten liegt noch eine Glasplatte. Äh. Achso, ich hab das Ding noch in der Hand gehabt. Sorry. Ist das was zu essen noch? Ah ja, ich denke, wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter fahren. Es kribbelt. Es kribbelt unter den Fingern. So. Ja, dann laufen wir draußen noch einmal kurz gucken. Ich glaub, hier hab ich alles durchforstet soweit. Kann natürlich auch sein, wenn ich das abwracke, dass man noch wieder was findet, dass sich das da irgendwo versteckt. Aber, ja, dann ist das so, ne? Da ist aber nichts mehr. So, hier ist auch nur noch Steinchen. Kann sein, wenn ich die Zeit hab, dass ich hier das Ganze nochmal offline starte. Aber ich glaube erstmal nicht. Wir werden hier das nächste Mal. Dann noch so ein paar andere Ideen, die ich noch umsetzen muss. Ja, okay, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, meine Lieben, äh, dass wir das nächste Mal da hinten weiterfahren. Tatsächlich. Halt, wartet. Wir machen erstmal wieder unseren, ähm, Namen. Ja, dass wir das nächste Mal weitermachen, in der Hoffnung, dass wir dann, der kann weg. Ich markiere uns das am besten schon mal, dass wir einfach da, ja, hier ist auch noch, ist jetzt die Frage, frühstücken wir das so ab, dass wir sagen, ja, erst den, ja, und dann fahren wir hier weiter hoch. Gut, so machen wir das in der nächsten Folge. So, Leute, also, wir sehen uns morgen. Ciao, euer Maruko. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bye.